So, Salvede, Deskibuli, Deskibulequen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bis einer weinen und dieserjenige werde ich sein. Wir sind immer noch auf der Suche nach Diamanten, weil ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich will mir auf jeden Fall mal einen Zaubertisch irgendwann bauen und dann mich ein bisschen verzaubern lassen von der Magie und deswegen suche ich jetzt Diamanten. Ja, das ist ein Grund. Ich muss gerade schauen, welche Ebene ich jetzt eigentlich genau bin. Zehn. Ich würde jetzt gerne einfach gleich so Diamanten oder zumindest in den Dungeon kommen. Ich finde die ganze Zeit Gold, dabei brauche ich gar kein Gold, aber ich Kraft ist trotzdem ab, weil ich keine Hobbys habe. Ich würde gerne mal wissen, an wie viel Diamanten ich eigentlich schon vorbeigelaufen bin, einfach weil ich dumm gegraben habe. Mann, das macht einen echt ein bisschen aggressiv. Jede Menge Eisen, Kohle und rote Steine, blaue Steine. Hier findest du alles, außer eben Diamanten. Und das ist also, was mich ganz ein bisschen aggressiv macht. Du wirst ja verrückt hier in der Höhle. Ich würde eigentlich gerne mal wieder rausgehen. Ich würde gerne mal wieder so ins Freie oder sowas. Aber nö. Vorher habe ich gerne mitgezählt. Immer zehn. Ach, Mann. Ich würde einfach gerne jetzt so ein Dungeon finden. Wobei, ich habe ja vorhin da was gehört, ne? Bin ich da wieder zurücklaufen? Ne, bin ich nicht, ne? Da müsste ich jetzt eigentlich zurücklaufen, so. Weil, ich brauche echt Holz, ne? Ich habe vorhin mein ganzes Holz rausgeschmissen und habe dafür ganz viele Schaufeln gemacht, weil ich aus Versehen auf der Umschalttaste war, während ich draufgeklickt habe. War nicht so schlau. Ich weiß. Aber dann würdet ihr das ja auch nicht schauen, wenn ihr nur schlaue Taten erwarten würdet. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zurück, Leute. Freunde des Sports. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Und dann gehe ich dahin, wo ich ganz am Anfang war. Wow, wie das hier zischt. Oh, da ist Lava. Oh, hier ist auch Lava. Aber ganz wenig Lava. War ich hier schon. Hier war ich noch nicht, aber hier gibt es auch nichts. Schade. So, ähm... Genau, wo bin ich vornhergekommen? Von da oben irgendwo, ne? Weil... Von da oben? Oder von da drüben? Ach, weiß nicht. Ich glaube... Von da hinten irgendwo. Da, wo das Wasser auch ist, oder? War das hier Wasser? Oh, scheiße. Ich habe voll die Orientierung verloren. Ich werde hier sterben. Ich werde hier nicht mehr rauskommen. Ich meine, notfalls graft man sich halt einfach nach oben, ne? Aber... Hier habe ich das Wasser abgeschaltet, ne? Letzte Folge. Bin ich auch hierher gekommen? Nee. Irgendwie von da drüben, oder sowas von... Oder, warte mal. Ah, Mist, Mist, Mist. Also hier werden ja schon ganz viele Fackeln, wenn ich von hier gekommen wäre, ne? Ist ja, man muss immer bis nach den Fackeln Ausschau halten. Nee, leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Da drüben vielleicht? Nee, auch nicht. Hm. Hier bin ich aber nur hingegangen, weil ich schaue mal, was es hier so gibt. Okay, ich habe gerade echt die Orientierung verloren, Leute. Hier war der Labafluss, ne? Hier war der Labafluss, so viel. Ich dachte, ich hatte den rechts gesehen. Habe ich ihn nicht rechts gesehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon da drüben. Aber da ist ja auch Wasser, da war ich noch nicht. Ach je. Leute, Leute. Ich werde hier nicht mehr rausfinden. Also ich meine... Ich könnte hier rausfinden. Oh, fuck. Jetzt ist es nicht mehr spaßig. Weil... Jetzt habe ich keine Fackeln mehr. Jetzt, ähm... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. 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 Fuck die fuck, fuck. Ich will jetzt... Eine Spitzhage werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Okay, jetzt... Leute, jetzt mal so unter uns. Ich hab grad echt ein bisschen Schiss. Von wo kam ich? Da drüben? Nee. Sag mal, kam ich schon noch weiter oben? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber ich könnte mal hochgehen. Vielleicht hab ich da einen besseren Überblick. Okay. Tobi ist verloren. So könnte ich die Folge nennen. Ich bin verloren. Sehr motivierend, Tobi. Ich könnte an Fackeln sparen, indem ich einfach das... Oh, das jetzige Licht der Fackeln nutze. So mäßig, ne? Also. Da drüben, da hab ich das Wasser abgestellt. Da war der Lava-Fluss. Ich muss von da gekommen sein. Da ist doch sonst kein Ausgang. Wo ist da der Ausgang? Oder bin ich da irgendwo... Hab ich mich einfach runter... Nee, ich hab... Doch, ich hab nicht durchgekriegt... ...haben. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hm. Ich bin nicht... Bin ich da so raus... Ah! Ach. Lol. Äh, lol. Ah. Ja. Gut. Siehste, ich wusste doch irgendwo von da drüben vom Wasser. War halt nicht oben, sondern unten. Okay, gut. Das haben wir schon mal geschafft. Sehr schön, liebe Freunde. Okay. Und hier ist auch mein Crafting-Table und dann geht's hoch. Ich muss immer die Koordinaten merken. Ja, das werde ich sowieso nicht schaffen mit Koordinaten. So. Ich würde... Ah, nee, ich hab kaum Holz. So, ich würde sagen... Soll ich mal hochgehen? Weil ich bräuchte jetzt echt eine Box, dass ich mal die Sachen in die Box bringen kann. Okay, aber ich geh nochmal raus. Und draußen... So, ich guck mal, ich hab grad wie so ein Epileptiker... Okay, ich hatte früher Epileptiker-Anfälle, das ist gar nicht so lustig. So. Oh, nee, ich kann ja da hinten raus. Da bin ich ja näher dran, ne? Aber jetzt wüsst du, wo es dann mal rausging, irgendwo da, oder? Ich muss irgendwo sagen. Okay, hier war ich noch nicht. Oh, hier war ich noch gar nicht. Hey, sag mal, ich hab Teile von der Höhle hier noch gar nicht erkundigt. Ist ja, ist ja crazy. Hä? War ich hier noch nicht? What the fuck? Okay, hier war ich noch nicht. Ja gut, aber das soll es jetzt mal nicht sein. Nein, ich muss jetzt erstmal den Ausgang finden, oh mein Gott. Meine Orientierung, Leute, meine Orientierung ist supi, wie ihr gerade merkt. Supi-du-bi-hypi-subi-du-bi. Mann, kommt schon. Oh, das ist ein... Oh, da kommt mehrere, cool. Lol. Von wo kamen die jetzt? Von wo kamen jetzt diese... Also da... Ich kann zwar da drüben raus, aber da müsste ich ein bisschen laufen. Wo war das jetzt nochmal? Das war doch da drüben, oder? Das war irgendwie... Ah, nee, das war da oben. Wie komme ich denn mal da hoch? Das war doch irgendwie da vorne rechts dann. Und dann ging es da irgendwie hoch, oder? Nee, geht es nicht hoch, sondern runter. Scheiße! Kommt schon. Ah, da komme ich nicht lang. Jetzt bin ich schon wieder da, wo ich am Anfang war. Leute, ich verzweifle hier gerade. Oh Gott. Was kann ich eigentlich? Und vor allem merke ich gerade, dass die Folge sich schon zu lang hinzieht. Also muss ich jetzt Schluss machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn es euch gefallen hat. Morgen gehe ich dann endlich raus. Sehen wir uns morgen. Bis dann.